Also, Team Dynafit und Bergzeit. Wie geht's euch? Wir warten auf den Start. Wetter wieder hoffentlich besser. Ja, super. Von Minute zu Minute besser, oder? Nach den ersten Schnäpsen geht's eh ganz gut. Noch voll motiviert. Wir ziehen jetzt ungefähr seit einer knappen Stunde an der Startlinie, weil das Wetter noch nicht so mittel war. Die Musik war besser. Die totale Band war besser. Gut, warum seid ihr bei der Piera Greta dabei? Jetzt hätte ich fast gesagt Piera Menta, aber... Piera Greta, warum? Ja, das ist das südlichste Rennen. Klingt nach einer Schnapsedie. Von daher, warum nicht? Und der Greta Energy Drink muss ganz stark sein. Jetzt regnet's wieder. Das ist auch ganz geil. 10 Sekunden Sonne, dann wieder regnet's. Sehr durchwachsen, das Wetter. Gestern hätten wir starten sollen. Was sind eure Ziele für heute? Die Party! Die Party! Wir brauchen danach die Idee, die Party auf jeden Fall. Und das wird man wieder heil runterbringen.